Geberit Hallo, ich bin Selvin Blöchlinger und mache in der Geberit die Lehre zum Automatiker. Ich bin jetzt im vierten Lehrjahr und möchte dir heute mal zeigen, was wir hier in der Geberit so machen. Kommt doch mal mit! Hier bin ich gerade in unserer Lehrwerkstatt, ein paar Löcher für Druckknöpfe in eine Kunststoffbox am Boden. In der Geberit lernen wir auch noch andere Bearbeitungsverfahren wie Drehen oder Fräsen. In der Elektronikentwicklung werden die Geberit von Geberit entwickelt und getestet. Hier habe ich gerade einen elektronischen Print am Löten. Anschliessend messe ich ihn aus und teste auf seine Funktionsfähigkeit. Hier bin ich gerade an der Fehlersuche an einer unserer vielen Anlagen. Nachdem ich den Fehler gefunden habe, passen ich das defekte Teil wie z.B. den Sensor, Austauschen oder die Steuerung an. Was mir an der Lehre in der Geberit besonders gefällt, ist, dass man in vielen Abteilungen tätig ist und in verschiedensten Bereichen arbeiten kann. Was die Ausbildung sehr abwechslungsreich und interessant macht. Wenn du in der Geberit die Lehre als Automatiker machen möchtest, sollst du dich für die Technik interessieren und die Fächer Mathe und Physik sollten zu deinen Stärken erzählen. Auch die Teamfähigkeit ist wichtig, da wir oft mit Leuten aus anderen Abteilungen zusammenarbeiten. Das war mein Beruf Automatiker. Ich hoffe, ich habe dein Interesse geweckt. Wir würden uns freuen, wenn du uns deine Bewerbung schicken und dich uns vorstellen würdest. Weitere Informationen findest du auf www.geberit.ch slash berufsbildung